Es ist für jeden Familienmitglied auf jeden Fall was dabei, groß oder klein. Wir finden es super. Ich sage jetzt einfach mal Märchenhaft. Das ist auf jeden Fall was Besonderes, weil wir jetzt lange nicht hier waren und deswegen hatten wir uns auch darauf gefreut und einen Tag Urlaub genommen. Die Kinder haben ja eh schulfrei, das passt ja dann ganz gut gerade. Ja, Familienausflug, Corona entfliehen mal und einfach einen schönen Tag haben. Ja, auf jeden Fall, weil man war ja jetzt immer so, alles war zu und man konnte nichts machen. Jetzt ist schon so, ja, jetzt kann man endlich mal wieder was machen und so. Ja, und das ist halt für alle Altersklasse, was geboten wird. Also für ganz klein oder halt etwas größer oder für ganz groß. Für den Bandy-Sachen, das ist eigentlich das Schönste. Die ganzen kleinen Sachen, die da sind, ist eine Riesenauswahl da, das ist schon klasse. Ich bin hier mit meiner Familie, mit meiner Frau und meinem Sohn. Ja, und wir machen kurz Urlaub. Da haben wir jetzt so lange zu Hause sein mussten und da haben wir uns das jetzt einfach immer gegönnt mit Hotel drum und dran und haben hier jede Menge Spaß. Jetzt gehen wir auf jeden Fall nochmal auf die Familienachterbahn. Also wir machen jetzt alles nochmal zweimal, was denen am meisten Spaß macht. Wir nutzen das bis 18 Uhr heute dann hier auch aus. Und wir fahren nochmal die Wildwasserbahn. Oh, die Wildwasserbahn, genau. und wir haben die Wildcation. Untertitelung des ZDF, 2020